Grenzenlose Freiheit – ein Roadtrip in Windeln Die Semesterferien haben begonnen und Leslie beschließt, eine spontane Reise nach Italien anzutreten. Dass sie ihre geliebten Windeln mit im Gepäck hat, erfüllt sie mit einem sinnlichen Kribbeln. Ebenso wie die Vorfreude darauf, diese in den Nächten zu benutzen und sich auf dem Roadtrip grenzenlos frei und unbesorgt zu fühlen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de